Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge The Search 2. Eieiei, äh, ach, hat denn unser Kollege hier wieder was für uns? Äh, so, ah. Gesammelt? Ja. Ist mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ja. Lebt wohl. Tschüss. Ich werde meine Akte über dich aktualisieren. Mach das. Season Squad. Was ist eigentlich das da? Season Squad? Waren wir da schon? Geht's nicht weiter, ne? Das ist einfach zu. Okay. Tschau, du. Waren wir nicht mal ein Dingeling, wo wir sehen, wo wir sind. Mal gucken, wo wir hinwollen. Vor allem. Da hinten. Mal schauen. Kann ich mir das hier nicht mal ein bisschen besser ansehen? Ne, wohl nicht. Na toll. Blöd. Na gut. Dann gehen wir einfach wieder raus. Oben lang wieder, oder? Oh, was ist denn hier? Hey, ich bin's, April. Ich wollte schon längst mal wieder anrufen. Aber du weißt ja, wie das ist. Ich wollte dir nur sagen, dass bei mir alles okay ist. Ich hab jemand anderen kennengelernt. So läuft das halt. Bitte vergiss mich und leb dein Leben weiter. Oh. Ja, schlecht. Ganz schlecht für den jungen Mann. Aber okay. Gehen wir wieder raus. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß ja, wie gesagt, wie wir hinwollen. Keine Ahnung. Ich will einfach mal gucken. Wenn das hier mal fertig lädt, ist immer so eine Sache. So. Äh, da sind wir lang. Da oben ist gar nichts mehr, ne? Hier war doch mal das Ding, das da uns geschossen hat und so. Das hat mal er. Ja, er ist auch noch da. Jetzt ist halt auch nicht genau, wo ich noch hin muss. Sind wir da nicht runtergekommen vorhin? Toll. Bumm. Hatten wir vielleicht ein Implantat, was uns anzeigt, wie viele Leben die noch haben? Ja, aber das hätte ich ja dann nicht abgelegt, ne? Das wäre ja dann Quatsch gewesen. Ne, hup. Ne, lass den holen die jetzt nicht haben. Was ist das? Ja. Der war hier nichts. Ich wollte doch mal. Ich würde mich meinen. Wir sind doch mal. Aber das war hier, ne? Wir sind hier mal vorhin runtergekommen. Warum geht das hier nicht hoch? Hm. Äußerst gemein. Ah ja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm, denke ich. Ich weiß jetzt halt nur nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hä hä hä. da sind ja ein bisschen viele ja du auch noch oder was ist gut einer auf dem anderen ja so na ja Das war's für heute. Naja. Oh. So. Was war hier? Das waren wir auch schon mal, ne? So. Dann gehen wir hier weiter. Da könnten wir noch versuchen reinzukommen. Die Jäger sind bei dem Arc Cloud 9 eingetroffen. Keine besonderen Vorkommnisse. Over. Verstanden. Die haben einen Weg um das Scanner-Tor herum entdeckt. Ich schaue mir das mal an. Over and out. Hey! Das war jetzt nicht so schwer. Das ist der nächste one. Au. Die Waffe ist gar nicht so schlecht, ne? Erstmal. Ach komm. Noch einer, ja. Ja. Die vielen noch verbliebenen Personen sind aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben, bis die Ausgangspörer aufgehoben sind. Und dann können wir noch die Strasen hatten. Ach gut. Ich bin auch in die Hau. Ich bin hier. Das ist ein guter Kollege. Uiuiuiuiuiui. Okay. Much more days. Das war auf jeden Fall nicht nett. Das kann ich schon mal sagen. Kann ich das irgendwie deaktivieren vielleicht? Das wäre nicht schlecht. Wenn das mal ginge. Kann man das deaktivieren? Okay. Kann man das deaktivieren? Ing. Wie? Hm. Hm. So was machen. Ich weiß halt nicht, ob das hier jetzt schlau ist, was ich hier gerade mache. Da ist halt das Vieh. Da will ich mich eigentlich nicht so wirklich anlegen. Den sitzt ja aber schon mal innerhalb der Tore. Was ja theoretisch gut ist, praktisch weiß ich es nicht, ob das gut ist. Zumindest nicht mal ein bisschen Leben. Tschüss. Könntest du mir mal bitte nicht folgen? Ich höre echt hier sehr verbunden. Obwohl. Wo ist das? Was zum? Das macht komische Geräusche. Ich frage jetzt, ob es hier zurückgegangen ist. Hm, ja. Was war das? Hey, hey. Haha. Okay. Also wenn ich da schnell wäre, das da rauslocke, die Frage ist, wo müsste ich dann hier hin? Wo müsste ich dann hin? Wo müsste ich dann hin? Wo muss ich dann hier hin? Hoffe ich. Hier geht mir irgendwo weiter. Ich steig zum Unterspringen und bin ich, glaube ich, tot. Das ist ja ein weiter Weg. Wer weiß, dass ich hier bin? Das nervt doch mal nicht, Junge. Da hinten ist ein Wald, was? Das ist ja ein Ohrwurst. He he. Okay. Da ist was. Ach, hier. Ja. Gut, wie das weiter geht, sind wir in der nächsten Folge von The Search 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.